Wir müssen auf die rote Zahl oben gucken. Wer steppt hier als letztes, als allerletztes durchs Ziel? 30 Sekunden noch. Oh nein. Oh nein. Oh nein, ich ahne Böses. Oder nein, ich komm ins Ziel, oder? Ich komm ins Ziel. Einfach einlochen, Bro. Nee, ich kann das nicht tun. Ich kann das nicht tun. Ich kann das nicht tun, Digga. Ich kann das nicht tun. Chat, nein, ich kann den Stream nicht beenden. Wir streamen gerade mal seit 2 Stunden. Chet, Chet! Hey! Untertitelung des ZDF, 2020 Komm in zwei Stunden wieder online Bro, in meinem Kopf In meinem Kopf Clashen gerade zwei Sachen Eigentlich muss ich Eigentlich muss ich Aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, meinen Job nicht richtig zu machen, wenn ich jetzt einfach gehe Boah, in meinem Kopf Clashen gerade anders Wieso muss das passieren? Und Theo, by the way, noch danke für dein Gifted Sub, ne? An Michi Keks Lucega, ich bin beim Moment letzter geworden Ich habe immer gesagt, wenn ich letzter bin Geht der Stream offline Chat Ich muss durchziehen Ich muss durchziehen Ich muss zu meinem Wort stehen Auch wenn es mir Auch wenn es mir im Herzen weh tut Ich muss Ich, ich, ich habe Mein Wort wäre nichts mehr wert, wenn ich es nicht tue Wir sagen das seit zwei oder drei Jahren Wir sagen das seit zwei oder drei Jahren Mein Wort wäre nichts mehr wert, wenn ich es nicht tue Wir sehen uns morgen Um 16 Uhr Das einzige, was mein Herz gerade beruhigt ist, dass wir am Samstag 20 Stunden live sind Aber damit dieser, damit dieser Tod im Moment nicht umsonst war Raiden wir euch jetzt noch irgendwo hin Dass es nicht komplett umsonst war Es war mir eine unglaubliche Ehre, heute für euch gestreamt zu haben Ich hätte nie gedacht, dass der Tag kommt, aber er ist gekommen Bis morgen, Freunde 16 Uhr in alter Frische Mein Herz blutet